Wir sind heute bei Stahlbarnägele im schönen Schwabenland. Mit uns dabei ist unser Händler Andreas Pasch aus dem süddeutschen Raum. Er erklärt uns eine der Viva 2K Anlagen. Hallo, also wir haben hier die Viva FlexMix 2 Professional mit einer Druckübersetzung von 564 zu 1. Sie wird hauptsächlich hier beim Stahlbauer von Beschichtung von Stahlträgern eingesetzt. Vielen Dank. Hier sehen Sie die mit Viva FlexMix beschichteten Stahlteile. Und wie sie genau beschichtet werden, zeigen wir Ihnen jetzt. Das Besondere an dieser Anlage ist das variabel einstellbare Mischungsverhältnis von 0,5 zu 1 bis 17 zu 1. Durch die hohe Förderleistung können bis zu 24 Liter Material in der Minute aufgebracht werden, also auch für große Flächen bestens geeignet. Ergänzt wird die FlexMix bei Stahlbarnägele durch zwei Materialdurchflusserhitzer, die die Verarbeitung auch von hochviskosen Materialien erlauben.